Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der RE-MAX News. Und das ist unser erstes Thema. Wiens erster Bezirk, Kitz, Lech, Felden und die Festspielstätte. Das sind ein paar Namen, die den kleinen, aber feinen Luxusimmobilienmarkt in Österreich prägen. Wie dieser Markt im Detail aussieht und welche Hotspots zur Oberklasse zählen, das hat sich RE-MAX genauer angesehen. Der Luxusimmobilienmarkt beläuft sich in Österreich auf rund 3 Milliarden Euro. Dabei sind die Preise für Luxuswohnungen im letzten Jahr gestiegen. Bei Luxuseinfamilienhäusern stagnierte der Preis. Ein Einfamilienhaus der Luxusklasse liegt in Österreich im Durchschnitt bei mindestens 680.750 Euro, für eine Wohnung im gehobenen Preissegment bei 498.800 Euro und für eine Luxus-Dachgeschosswohnung bei mindestens 890.000 Euro. Aber die Preise ändern sich rasant in andere Sphären, wenn man die richtigen Hotspots untersucht. Blickt man zum Beispiel nach Wien, so liegen von den 25 teuersten Wohnungsverkäufen 19 im ersten Bezirk. Die Top-5-Verkäufe kosteten im Durchschnitt sagenhafte 7,09 Millionen Euro. In Tirol sind von den 25 teuersten Wohnungen alleine 24 im Bezirk Kitzbühel zu finden. Die fünf teuersten Wohnungen sind hier im Durchschnitt um 3,14 Millionen Euro verkauft worden. Auch schon fast Luxus ist es, wenn man als bekannteste Immobilienmarke Österreichs zum vierten Mal in Folge mit dem Business Super Brands Award ausgezeichnet wird. Remax Austria hat das geschafft. Außerdem erfahren Sie im nächsten Beitrag, wie sich der Immobilienmarkt im ersten Halbjahr 2020 in Österreich entwickelt hat. Vor kurzem wurde die Marke Remax zum vierten Mal in Folge mit dem Super Brands Zertifikat ausgezeichnet. Dass Qualität gerade in turbulenten Zeiten gefragt ist, bestätigt der heimische Immobilienmarkt zum Halbjahr. So sind im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 67.302 Immobilien verbüchert worden. Das ist auch im Corona-Jahr ein Plus von 4,9 Prozent zum Vorjahr. Darin enthalten sind auch Verbücherungen wie Parkplätze, Tiefgaragenplätze oder Hausanteile, die ein sattes Plus verzeichnen konnten. Die drei wichtigsten Objektgruppen, nämlich Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Grundstücke, waren aber im ersten Halbjahr zusammen um minus 6,4 Prozent rückläufig. Da sind der Lockdown und die Corona-Pandemie zu spüren. Die tatsächlichen Auswirkungen von Covid-19 werden jedoch erst die Auswertungen für das Gesamtjahr 2020 zeigen. Der Transaktionswert, also die Summe der Verkaufspreise der bis 30. Juni 2020 verbücherten Immobilien, blieb mit 16,4 Milliarden Euro unverändert. Remax untersuchte aktuell auch die Covid-19-Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Europa. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Lockdowns, die Kurzarbeit und auch die angestiegene Arbeitslosigkeit für Einbußen bei Immobilienverkäufern sorgen. Befragt wurden europaweit 2.500 Remax-Maklerinnen und Makler und laut der daraus resultierenden Studie kostet Corona Immobilienverkäufern in Europa rund 12 Milliarden Euro. Somit sind die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt definitiv spürbar, aber Wohnimmobilien können nach wie vor als relativ krisensicher eingestuft werden. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien übersteigt in weiten Teilen Europas immer noch das Angebot. Immobilien gelten weiterhin als sichere Investmentmöglichkeit, speziell in Krisenzeiten. Die Immobilienpreise für Einfamilienhäuser sollen der Einschätzung zufolge europaweit in den nächsten sechs Monaten um nur minus 0,6 Prozent nachgeben. Die Wohnungspreise in den europäischen Städten sollen im Schnitt um minus 1,7 Prozent fallen und am Land rund minus 2,3 Prozent. Besonders stark ist dabei der Preisverfall in Griechenland mit minus 8,8 Prozent, in Spanien mit minus 6,8 Prozent und Italien mit einem Minus von 5 Prozent. Die Einschätzung der österreichischen Maklerinnen und Makler lag bereits im April bei minus 2,9 Prozent bei Kaufpreisen für Eigentumswohnungen. Baugrundstücke haben sich als besonders krisenfest herauskristallisiert. So schätzen die Makler europaweit den Preisrückgang mit Marginalen minus 0,2 Prozent ein. Ja, das war sie, die aktuelle Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten wieder viel Informatives über den Immobilienmarkt erfahren. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Alles Gute und auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie sehen uns beim nächsten Mal.